Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Yeah, ähm, vorweg muss ich mal kurz sagen, dass ich, äh, gerade eine längere Pause gemacht habe, aber ihr seht ja, ich habe mich wieder umgezogen, ich finde das Dunkle etwas besser als das Weiße. Jedenfalls, ähm, ich habe irgendwie gesehen, ich weiß nicht, ob das nur bei... Ich brauche eine, ich brauche definitiv eine neue Grafikkarte. Okay, jetzt sieht es wieder normal aus, weil das Fenster hat es gerade geflümmert. Ich brauche noch meinen Blick an. Ja, werden wir den Blick genießen, ähm, ich hatte nämlich zwar ein Problem gehabt, und zwar habe ich gesehen, dass anscheinend in Folge 26, 27, 28a synchron sind. Kann aber auch nur sein, weil meine Grafikkarte derzeit so ein bisschen spinnt, oder beziehungsweise überlastet war durch das ganze Rendern und so weiter. Ähm, das eben hatte sich auch angeguckt, als wäre es irgendwie, als hätte es geleckt wie sonst was. Jetzt habe ich den PC neu gestartet und es läuft wieder normal, also das Video lief normal, ich weiß nicht, also es lief normal, es gab kein Gelegge in dem Video. Ich denke aber immer, meine Grafikkarte ist derzeit, ja, spielt mal einen Streich. Außerdem muss ich jetzt wahrscheinlich demnächst auch mal ein bisschen, äh, OBS mal updaten. Ich glaube, ich habe das ewig nicht upgedatet. So, ähm, Rezeptur, gut. Wir haben eine Rezeptur, gut. Ähm, ja, was wollten wir heute machen? Ich, wir wollten heute mit Josephine reden. Wir haben hier ein Geheim... Was ist das denn hier? Achso, guck mal. Haben wir hier noch was Schönes über unserem Bett? Bab. Ja, wir wollten mit Josephine jetzt reden. Badam, 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 badam. Und da. So, und ich habe natürlich vergessen, wir haben Cole noch nicht gefunden. Der gute Cole fehlt uns noch. Den habe ich ganz ausgeblendet gehabt, weil der ja gerade frisch erst neu bei uns ist. Und das ist gerade ziemlich leise. Das liegt irgendwie nicht hier irgendwas, sondern das Spiel ist gerade ziemlich leise. Beziehungsweise so gut wie gar kein Ton. Aber es ändert sich ja jetzt, wir gehen runter in die Massen. Achja. So. Hallo. Gatsi? Wer ist Gatsi? Sammlung? Keine Ahnung, ob es dem Kämpfen standhält, aber es ist eine solide Arbeit. Ach, die Fliesen. Wisst ihr, woher diese Reliefe stammen? Tee Winter. Frühzeit. Das sieht man an den Werkzeugspuren der Körnung. Das ist Hartstaub aus den 100 Säulen, wenn ihr mich fragt. Hm. Oh, und außerdem scheint die Szene voller Tee Winterroben zu sein. Wie 100 Säulen? Üble Dinge. Riesige Säulen, die nicht aus Stein sind. Eher wie Mörtel. Mehr weiß ich auch nicht. Aber sie sind robust. Okay. Gut. Bis zum nächsten Mal. Beste Adern, Inquisitor. Beste Adern. Ach ja, stimmt ja. Zwerge und Handwerk. So, wo ist denn jetzt eigentlich Kohl? Hier ist Vien jetzt über uns. Schnellreise. Aus der Asche. Urteil. Urteil. Stimmt, wir dürfen uns auf den Thron setzen. Das ist auch noch eine anscheinend eine... Sind wir bereit, die Welt ihren Stempel aufzudrücken? Hm. Ach ja. Gut. Da müssen wir hin. Das ist unsere Hauptquest. Da wollen wir aber jetzt noch nicht hin. Hier wird ein Urteil sprechen. Josephine wird auch noch mit uns sprechen. Wo ist Kohl? Ist der nicht hier? Äh. Vien hat er noch mal die Quests? Quests. Quests, 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 Quests. Nein. Vielleicht mit X da. Crest-Karte. Nö. Ach guck mal, hier gibt es verschiedene Ebenen. So. Äh. Da. Cool. Aktivieren. So. Aktivieren. Au. Was? Moment. Äh. Neuigkeiten aus Felaus. Inquisition bedeuten. Doch es gibt Hoffnung. Berichte besagen, der Herod adresste und die Führung der Inquisition hätten überlebt und einem anderen Ort Zuflucht gefunden. Schön. Mach den Leuten noch mehr Panik. Warum nicht? Woher weißt du, dass sie nicht hier angreifen werden? Dunkle Brut sinkt dich nach. Die Fliege. Na, das stimmt nicht ganz. Wer die Erweiterung von... beim ersten Teil gespielt hat, Dragon Age weiß, dass es auch Bunkle Brut gehabt, die denken konnte. Wundarzt. Hallo Wundarzt. Inquisitor, kann ich etwas für euch tun? Ich sollte mich jetzt nämlich wirklich auf die Verbundeten konzentrieren. Äh. Gibt es viele Verbundete? Ihr seid keine Magierin. Sollten wir das hier nicht den Heilern überlassen? Magie kann nicht alles heilen. Und wir sollten uns nicht auf sie verlassen. Der Wissenschaft euer Gnaden gehört die Zukunft. Eure Gesundheit hat nichts mit Magie zu tun. Sie ist vielmehr eine Frage der Ernährung, der körperlichen Ertüchtigung und des Humors. Des Humors. Joa. Mit Wundarzt. Weitermachen. Euer Gnaden. Warum heißt du eigentlich Wundarzt? Hast du keinen normalen Namen? Cullen. Ach, den haben wir auch vergessen. Schande auf mein Haupt. Schickt ein paar Männer los, um die Gegend auszukommen. Wir müssen wissen, was uns dort draußen erwartet. Jawohl, Sir. Kommandant. Den Soldaten wurden ihre Übergangsquartiere zugewiesen. Sehr gut. Ich brauche außerdem Informationen über den Zustand der Waffenkammer. Sofort. Er kratzt sich jetzt. Wir waren in Haven gut vorbereitet. Nur natürlich nicht auf einen Erzdämon. Oder was auch immer es war. Wären wir vorgewahrend gewesen, hätten wir... Arbeitet ihr eigentlich immer? Schlaft ihr auch irgendwann mal? Wenn Corypheus erneut zuschlägt, haben wir vielleicht keine Möglichkeit, uns zurückzuziehen. Und ich würde es auch nicht wollen. Wir müssen bereit sein. Die Arbeiten an der Himmelsfeste laufen und der Wachwechsel ist festgelegt. Innerhalb einer Woche sollte alles in die Wege geleitet sein. Wir werden nicht von hier fliehen, Inquisitor. Wie hoch waren unsere Verluste? Die meisten unserer Leute haben es in die Himmelsfeste geschafft. Es hätte schlimmer sein können. Die Moral war schlecht. Aber sie hat sich deutlich verbessert, seit ihr den Posten des Inquisitors übernommen habt. Inquisitor Lavella. Es klingt merkwürdig, findet ihr nicht? Keineswegs. Ist das die offizielle Antwort? Ich schätze schon. Aber es ist auch die Wahrheit. Wir brauchten einen Anführer und ihr habt euch als würdig erwiesen. Ihr habt schnell reagiert, als der Angriff auf Haven begann. Ohne euch hätten wir jetzt deutlich mehr Tote zu beklagen. Ich bin dankbar für jede Hilfe, die ihr mir anbieten könnt. Vielen Dank, Inquisitor. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um die Sicherheit unserer Leute zu gewährleisten. Darauf gebe ich euch mein Wort. Ach, Cullen. Ich weiß, dass ich mich... So, Cole! Wo bist du? Da! Dieses Ding ist kein streunender Welpe, den ihr zu einem Schoßtier machen könnt. Es hat hier nichts verloren. Würdet ihr dasselbe nicht auch über einen Abtrünnigen sagen? Inquisitor, angesichts seiner ungewöhnlichen Fähigkeiten, habe ich mich gefragt, ob Cole womöglich ein Magier ist. Er kann die Leute dazu bringen, ihn zu vergessen oder ihn noch nicht einmal wahrzunehmen. Das sind nicht die Fähigkeiten eines Magiers. Es scheint, als wäre Cole ein Geist. Das stimmt. Er ist ein Dämon. Gut, wenn euch das lieber ist. Allerdings ist die Wahrheit ein klein wenig komplizierter. Hallo? Cole hat mir geholfen, dem Dämon des Knights zu entkommen. Ich habe ihm bereits gestattet zu bleiben. Damals wussten wir aber auch noch nicht, was er ist. Eine Abmachung mit einem Dämon einzuhalten, ist der schnellste Weg in ein frühes Grab. Tatsächlich lässt sich sein Wesen nicht derart leicht definieren. Drückt euch klar aus, Solis. Womit haben wir es zu tun? Dämonen betreten diese Welt normalerweise, indem sie von etwas Besitz ergreifen. In ihrer wahren Gestalt sehen sie grotesk aus. Monströs. Aber Cole sieht wie ein junger Mann aus. Könnten wir es mit Besessenheit zu tun haben? Nein, er hat von nichts und niemandem Besitz ergriffen und wirkt doch in jeglicher Hinsicht menschlich. Cole ist einzigartig, Inquisitor. Und darüber hinaus möchte er helfen. Ich würde vorschlagen, es ihm zu gestatten. Äh, aber... Was meint ihr mit Besessenheit? Geister und Dämonen wechseln aus dem Nichts in diese Welt über, indem sie sich mit irgendetwas hier verbinden. Cole hingegen hat sich willentlich in menschlicher Gestalt manifestiert, ohne von jemandem Besitz zu ergreifen. Hm. Die Dämonen, die durch die Bresche oder die Risse kamen, haben auch von Nichts Besitz ergriffen. Diese Dämonen wurden gegen ihren Willen hindurchgerissen und von dieser Welt in den Wahnsinn getrieben. Cole jedoch war schon vor der Bresche hier. Soweit wir es sagen können, lebt er schon seit Monaten oder vielleicht sogar Jahren hier. Er sieht wie ein junger Mann aus. Im Grunde genommen ist er ein junger Mann. Es ist bemerkenswert. Äh. Ich sollte mir anhören, was Cole selbst dazu zu sagen hat. Ach, dieses Horn am Gürtel, ne? Er war genau... Hm. Cole. Dieses Horn... Kann man dieses Ding am Gürtel nicht wegmachen? Das packt die ganze Zeit den Arm rum. Haven. So viele Soldaten haben gekämpft, um die Pilger zu beschützen und ihnen die Möglichkeit zur Flucht zu geben. Ich schlucke die Angst drunter. Durch die Arznei kann ich nicht klar denken, aber die Schnitte quälen mich bei jedem Herzschlag. Weißglühender Schmerz. Alles brennt. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich werde... Ich sterbe. Ich bin... Hm? Tod. Verschwindet aus ihren Köpfen! Sie sind in meinem. Jeder Atemzug wird langsamer, wie in einem warmen Bad. Ich gleite davon. Der Geruch der Haare meiner Tochter, wenn ich ihr einen Gute-Nacht-Kuss gebe. Er ist fort. Rissiger, brauner Schmerz. Trocken. Scheuernd. Ich bin durstig. Hier. Danke. Schon gut. Sie wird sich nicht an mich erinnern. Saulus hat versucht, mir zu erklären, was ihr seid. Aber ehrlich gesagt, habe ich irgendwann nicht mehr zugehört. Könntet ihr es mir vielleicht erklären? Ja. Früher dachte ich, ich wäre ein Geist. Ich wusste es nicht. Ich habe Fehler gemacht. Aber auch Freunde gefunden. Dann bewies ein Templer, dass ich nicht real bin. Ich habe meine Freunde verloren. Ich habe alles verloren. Ich habe gelernt, mehr so zu sein, wie ich bin. Es hat mich verändert. Aber auch stärker gemacht. Ich kann jetzt mehr fühlen. Ich kann helfen. Hm. Geht sofort. Und, äh... Ach. Die Inquisition könnte eure Hilfe brauchen, sofern ihr dazu bereit wärt. Ja. Ich helfe. Ich lindere Leid. Helfe den Hilflosen. Da ist jemand. Es tut weh. Es tut so weh, so weh. Oh, Erbauer. Bitte lass den Schmerz vergehen. Nein. Die Heiler haben getan, was sie konnten. Es wird Stunden dauern, bevor er stirbt. Jeder Augenblick wird eine Qual sein. Er will Barmherzigkeit. Hilfe. Nein. Ihr sagt, es wird Stunden dauern, bis er stirbt. Aber ihr könnt euch dessen nicht sicher sein. Sein Körper versagt. Er könnte sich wieder erholen. Oder die Heiler finden doch noch eine Möglichkeit, ihm zu helfen. Woher wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Ebenso wenig wie ihr. Das ist einfach Teil des Lebens. Versucht es. Ich möchte hier bleiben. Ach Gott. Cool. Ey, du. Machst du mir überhaupt ganz schön Ärger, mein Freund. So. Jetzt wollen wir aber das machen, was ich hier eigentlich machen wollte. Bevor wir jetzt hier diesen langen Dialog hatten. Wir gehen jetzt zu Josephine. So. Und ich habe mich hier auch hoffentlich auf Zelle entschieden. Entsch... 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 Und zwar werden wir Vivian gegen Dorian austauschen. Ich werde aber natürlich versuchen, mit allen befreundet zu sein. Also es gibt ja immer noch so eine zweite Karte. Also wenn wir die Truppe zusammenstellen, seht ihr ja, dass da so zwei Karten sind. Also eine Karte ist von... Die verändern sich, wenn man befreundet mit denen ist und so. So. Hey! Hey! Ich habe einige Erkundigungen über den Kaiserlichen Hof eingeholt. Je eher wir uns mit der Gefahr für die Kaiserin befassen, desto besser. Die politische Lage im Reich ist gefährlich instabil. Das macht die Dinge noch komplizierter. Im Reich ist immer alles kompliziert. Das scheint ein Steckenpferd der Orlesianer zu sein. Rümpft ihr nur die Nase über das große Spiel, wenn ihr wollt, Kommandant. Aber wir spielen mit maximalem Einsatz und das bis in den Tod. Das Missfallen des Hofes kann ebenso gefährlich sein wie die Venatori. Wir müssen wachsam sein, um eine Katastrophe zu verhindern. Was meint ihr damit? Wieso ist die Lage gefährlicher als sonst? Die Kaiserin steckt mitten in einem Bürgerkrieg. Ihr Vetter, Großherzog Gespart, will den Thron mit Gewalt an sich reißen. Laut Liliana hat eine Gruppe von Elfen beide Armeen sabotiert, um die Kampfhandlungen in die Länge zu ziehen. Orlais hält die Winter in Schach. Wir könnten ganz Cedas verlieren, wenn das Reich Korypheus in die Hände fällt. Selen führt im Schutz eines Maskenwalds Friedensgespräche. Alle Mächtigen aus Orlais werden dort sein. Für einen gedungenen Mörder wäre der Ball der ideale Ort, sich zu verstecken. Ein Maskenball? Dann muss ich erstmal einkaufen. Ich sorge dafür, dass ihr eingeladen werdet, wenn es euch recht ist, Inquisitor. Gut. Aber ich wollte noch so ein bisschen mit dir reden. Inquisitor, ich habe gerade unser neues Hauptquartier inspiziert. Die Fundamente sind rissig, überall nisten Tiere. Und wir sind meilenweit von jeglichen Zentren der Zivilisation entfernt. Wenn wir hier jemals Besucher von Rang und Namen empfangen wollen, müssen die Bediensteten diesen Ort präsentabel machen. Ja. Wir wollen auf keinen Fall, dass die Inquisition einen übermäßig schädlichen Eindruck macht. Wir haben gerade erst alle davon überzeugt, dass wir genau das sind, was Cedas braucht. Die Templer werden eure Führung hinterfragen. Sie sollten sich hier sicher fühlen. Fühlt ihr euch hier etwa nicht sicher? Es fällt mir schwer, Corypheos Angriff auf Haven zu vergessen. Wisst ihr, wer zuerst zu den Waffen gegriffen hat? Unsere Arbeiter. Sie waren so stolz auf das, was wir hier tun. Corypheos hat sie einfach niedergemacht. Diesem ersten Feuerstoß folgten so viele Schreie. Er hat so viele Leute in Asche verwandelt. Zu viele sind gestorben. Wir werden es nicht. Mich quält es aus. Wenn ich Corypheos das nächste Mal gegenüberstehe, wird er dafür bezahlen. Ich hoffe sehr, das wird bald sein. Nun denn, bevor ich mich wieder meinen Pflichten zuwende, erlaubt mir euch zu eurer Ernennung zum Inquisitor zu gratulieren, mein Lord. Ich werde euch von nun an über diplomatische Belange unterrichten und euch mit Freuden zur Seite stehen, falls ihr meine Hilfe benötigt. Oh. Ähm. Ja. Böse Augenböse sucht den Ratsraum auf. Ja, ich glaube, das wird dann wohl unsere nächste, unsere zweite Hauptquest sein. Aber ich will mich jetzt erst mal auf den Thron hier setzen, weil er wartet irgendwas auf uns. Dann machen wir das doch mal. Hm, das Urteil hieß es. Ja, beeindruckend, nicht wahr? Er ist eines Anführers wahrlich würdig. Er soll Einfluss vermitteln und dessen Würde. Hm. An diesem Ort wird die Inquisition zu Gericht sitzen. Ihr werdet hier zu Gericht sitzen. Ähm. Über wen genau werde ich rechten? Über jene, die Unrecht begangen haben. Glaubt mir, diese Leute werden euch mit Sicherheit zumindest ein Begriff sein. Natürlich setzt das alles voraus, dass sie ihre erste Begegnung mit euch überlebt haben. Äh, äh, äh. Muss ich wirklich noch mehr Leuten den Tod bringen, als ohnehin schon? Ich teile eure Abneigung gegen weiteres Blutvergießen, aber dazu muss es auch nicht kommen. Die Souveränität der Inquisition rührt von denjenigen Verbündeten her, die sie anerkennen. Sie gibt euch Befugnisse, ist aber auch eine Verpflichtung. Klar. Die Gerechtigkeit kennt mehr als nur ein Werkzeug. Wird sie klug umgesetzt, könnte eine Hinrichtung im Vergleich sogar barmherzig wirken. Gut, dann... Gibt es jemanden, über den ich richten muss? Nehmt auf dem Thron Platz, sobald ihr bereit seid. Wir werden ihn dann vor euch führen. Gut, dann schauen wir doch mal. Ja, es ist... Gut, dann machen wir mal. Hm. Dieser Fall ist ein wenig befremdend. Nach eurer Rückkehr aus den Sümpfen, fanden wir diesen Mann, wie er die Feste angriff, mit einer Ziege. Was? Was? Warum? Sorry, hab ich das gerade richtig gesehen? Der hat die Festung mit Ziegen beworfen. Oh Gott. Ähm. Gut. Ähm. Ja. Erstmal hier, ne? Ihr wolltet den Tod eures Clans rächen? Mit einer Ziege? Hahaha. Ein Gerichtssaal? Das ist unnötig. Ihr habt meinen schwachsinnigen Sohn getötet. Also musste ich euren Besitz mit Ziegenblut beschmieren. Hm. Na ja. Seht nicht mich an. Damit sind wir quitt. Er sollte Tevin Terana töten, hat sich aber mit eurer Inquisition angelegt. Rothaarige Weiber schenken einem eben nur Rotzlöffel. Macht, was ihr für richtig haltet, Inquisitor. Mein Clan wird sich fügen. Meine verbliebenen Söhne haben ihren Verstand noch in ihrem Kopf. Hahaha. 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 Okay, also, soweit ich das jetzt verstanden habe, ähm, hat er unsere Burg mit Ziegen beworfen, weil wir halt seinen Sohn getötet haben. Das war so eine Art... Wenn das ihre Tradition ist, vertreibt sie von meinem Land. Er kommt in den Geigenkäfig. Ihr geht bewaffnet nach Tevinter. Ähm. Er kommt in den Geigenkäfig. Das ist ein bisschen... Vertreibt sie von meinem Land. Ich würd sagen, die kämpfen sowieso gegen Tevinteraner. Also... Unser Zwist war offenbar nur ein Missverständnis, Häuptling Mowren. Doch das darf sich nicht wiederholen. Ich verbanne euch und euren Clan mit so vielen Waffen, wie ihr tragen könnt, nach Tevinter. Hahaha. Dann war mein schwachsinniger Junge also letztlich doch zu was gut. Hahaha. Ja. Alles stimmt zu. Bop, 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 bop. Das ist cool. Das hat ihn sogar... Ich meine, es macht Sinn. Sie wollten sowieso gegen Tevinter kämpfen und sie helfen uns im Grunde damit. Also. Obwohl sie einfach nur da... Eigentlich sollten wir sie gegen die Venatorie schicken sollen. Oh. Noch ein Urteil. Okay. Hauptmann Denim, Inquisitor. Er tritt wegen seiner Verbrechen in Diensten des Lordsuchers bei Theronfalls Schanze vor euch. Ich kannte einige der Ritter, die dort gestorben sind und habe darum gebeten, seiner Verurteilung beiwohnen zu dürfen. Der Hauptmann mag durch den Dämon des Knights getäuscht worden sein. Doch sein blinder Befehlsgehorsam hätte die Templer beinahe vernichtet. Ach, das ist doch der, der, äh, mit dem wir gesprochen hatten, als wir in Theronfalls Schanze angekommen. Es war eher derjenige... Moment, ich muss mal kurz was trinken. Ähm, der hat uns ja begrüßt gehabt und dabei ist dann ja auch Abonage erschossen worden. Das verlangt eine Bestrafung. Letztes Mal war er wahnsinnig. Ich hoffe, der Hauptmann ist diesmal genug bei Verstand, um zu begreifen, was er getan hat. Ich habe nur getan, was mir befohlen wurde. Ob wissentlich oder nicht, ihr habt eure Brüder und Schwestern zum Tode verurteilt. Ihr hättet dasselbe getan, wenn ihr den Orden nicht verlassen hättet. Ich habe lediglich treu gedient. Das rote Lyrium wurde auf Befehl des Lordsuchers eingesetzt. Hm. Er hat im Grunde recht. Also, ich muss mal ganz offen sagen, klar, es war grausam, was er gemacht hat. Aber er hat im Grunde nur das getan, was er musste. Und er... Genauso wie Barriss. Sie haben... Die Templer sollen urteilen... Ich verpflichte ihn. Na, ich... Entweder wir nehmen wie... Nein. Ich finde, die Templer selbst sollen darüber entscheiden. Es war ihre... Ja. Nicht ich habe unter euren Taten gelitten, sondern eure Ritter im Templerorden. Lass die verbliebenen Templer über den Mann urteilen, der ihnen all das angetan hat. Sie werden mich zum Tode verurteilen. Das dürfen sie nicht. Nicht nach allem, was ich durchgemacht habe. Sorry, aber das musst du mit deinen Templerbrüdern ausmachen. Aber wieder alle zugestimmt. Ich treffe anscheinend... Ja, das war es auch mit Urteilen. Ich treffe anscheinend gute Entscheidungen. Ich würde zwar sagen, wir suchen jetzt Varric auf, um den Hauptquest einen Schritt voranzutreiben. Aber ich will das jetzt nicht machen, weil das wird wahrscheinlich ein längeres Gespräch sein. Da-da-da-da-da-da... Ähm... Können wir nochmal so ein bisschen mit denen sprechen. Hey! Hi! Was macht ihr hier? Erzählt mir von euch. Äh, hatten wir ja schon. Naja, hat doch was, ne? Genau. So, gucken wir uns doch nochmal ein bisschen die Räume hier an. Pff. Pff. Und jetzt sind überall Spinnen. Die Pflaumen waren direkt vor meiner Nase, aber... Ich kann mich nicht daran erinnern, der sie genommen hat. Oh. Oh, schön. Großes Ziel schießen. Samstag. Jeder Herausforderer ist willkommen. Schwester Linian entscheidet über den Sieger. Außer Varric und Bianca. Da wächst Gras in der Hütte. Ich finde das Lied zwar schön, aber wir ziehen mal weiter. Was ist das? Herolds Rast. Ein Ort für alle, die dienen hier. Mit Freuden, Ruhe und gutem Bier. Kehrt ein, vergesst Sorgen und lasst. Hier findet ihr Frieden in Herolds Rast. Ah. Schick. Ich will nochmal mit unserer Auserwählten hier reden. Mit einer unserer Auserwählten. Ich kann mich ja immer noch nicht entscheiden. Cassandra. Es gibt da etwas, das mich beunruhigt, Inquisitor. Was denn? Liliana erhält immer wieder Berichte über besessene Magier und abtrünnige Templer. Doch es gibt niemanden, der dem nachgeht. Ich hatte gehofft, wir könnten uns damit befassen, bevor es noch schlimmer wird. Äh. Natürlich. Ja, natürlich. Wir können dem nachgehen. Sobald ich von derartigen Vorfällen höre, werde ich die Orte auf der Karte markieren, Inquisitor. Außerdem würde ich euch gerne begleiten, wenn ihr der Sache auf den Grund geht. Klar. Warum nicht? Das wäre vorerst alles. Dann bis zum nächsten Mal. Gut. Okay. Ich besiege Leo in den Templer. Okay, 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 okay. Und da sollen wir dann Cassandra mitnehmen, wenn wir die Quests machen. Ja, freut mich. So, wo ist denn überhaupt der Wehrgang, wo wir hin müssen? Das war... Hallo? Na! So. Dann würden wir uns einfach jetzt schon mal Richtung Wehrgang begeben. Was meint ihr? Hättet ihr die auch jetzt so geurteilt? Also jetzt mal eine ganze Frage an euch. Hättet ihr die auch so geurteilt, wie ich, was ihr eben gemacht habt? Jetzt bei Gericht. Weil ich hab einfach noch Bauch entschieden. Der Ziegenhäuptling, also der Häuptling da aus dem Ava-Stamm, der hat einfach nur nach seinen Traditionen gehandelt. Wir haben seinen Sohn getötet. Auch natürlich, wenn es gerecht war. Weil er hat uns herausgefordert und ihr wisst ja schon, was passiert ist. Aber... Trotzdem haben wir seinen Sohn getötet. Und ich muss sagen, er hätte Schlimmeres machen können, der Ziegenhäuptling. Er hätte auch hier rummarodieren können, die Leute töten können und so. Aber was er gemacht hat, ist, er ist einfach... Hat seinen Traditionen gefolgt und hat uns mit Ziegen beworfen. Was natürlich seltsam ist, aber hey! Schlimmer, es hätte schlimmer gehen können. So, ich will jetzt erstmal eine Quest hier suchen. Wo war denn jetzt die Quest mit Varric? Da oben. Ne, das ist der Ratsraum. Da. Gut. Dann bin ich ja mal gespannt, ob da wirklich der... Können wir hier runterspringen, ohne dass wir sterben? Ich versuch's mal! Ja. Wir kriegen hier keinen Schaden. So, also sind wir unbesieg... Ja, Leute, aber bevor wir uns jetzt mit Varric und der Person treffen, wo gesagt wird, man weiß ja schon, wer er sein könnte. Wenn ich den Partner für heute hier... Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn das heißt. Dragon Age Inquisition! Bis dann. Ciao! Bis dann.